hallo und herzlich willkommen zu einem neuen live team auf meinem channel und wir spielen heute mal wieder ein bisschen minecraft stoneblocks zwei fiete fiest die welt schon mal vorladen lassen und das hat mir noch nicht gereicht grüchen wir wollen noch ein paar mobisch anzahlen grr grrr ist glatt Ok, kleiner Leck. Du wirfst sicher, du musst in den Ofen und du musst in den Ofen. Jetzt haben wir genug. So, jetzt brauchen wir Widerköpfe. So acht Stück insgesamt. Die brauchen wir ja nicht mehr. Okay, lass mich raten, gar keinen. Dann brauchen wir, das ist übrigens auch ein Quest gewesen. Okay, habe ich den Quest-Book nicht nur auf der Taste, dann müssen wir mal suchen gehen. Und so noch die. Witzschworte einmal. Witzschworte. Witzschworte. Das kann man schon mal herstellen. Pilze und Erde. Das ging ja nicht auch anders. Haben wir Pilze da? Pilze haben wir und Erde haben wir auch. Pilze und Erde. Pilze. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Aber noch mehr. Das ist so... So? Und zwar Filz und Erde. Oh, die Bomben, da haben wir die Welt. Oh, die Bomben, da haben wir die Welt. Oh, die Bomben, da haben wir die Welt. Da ist noch Weck von drin. Gucken wir den Ende. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Okay, egal. Zwei reichen mir. Oh, die Bomben. Gehen wir mal runter. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben sollten etwas machen. Entschuldigen die richtigen. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Und dann einmal. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Oh, die Bomben. Haben wir noch eine Uhr dabei? Nein, haben wir nicht. 3% So, jetzt kommen wir raus. Oh, der eigentlich aus. Da müssen wir Skelette verwandeln in... Geht nicht schneller, ne? Ja. Oh, das wird hier. Ich bin ein paar Mal. Das geht doch jetzt etwas sortiger. Jetzt werde ich eigentlich wieder aufladen, aber gut. Jetzt gehen wir mal nach oben. Jetzt haben wir hier natürlich noch was zu holen, dann kommen wir gleich mal nach unten. Und nach unten. Jetzt denke ich nur, dass die normale Erde davon betroffen ist. Kommt das nicht aus dem Loch raus. Dankeschön. Jetzt werde ich gleich, dass ich mit Schworderl einmal einen Quest mehr erfüllt. Also. Questbox. Boah, eine Party-Spitzacke. Killer Witter-Skelett. Und. Schweine-Zombie. Auch eine Frage geht dann bei den Zornen. Und Killer Gast. Dann haben wir noch. Ist das hier immer noch nicht abgehakt? Ist das? Wohl. Aber definitiv schon erfüllt. Und. So, damit müssen wir jetzt zum Opfer an. Wenn wir jetzt sterben. Wenn wir jetzt sterben. Aber jetzt darfst du nichts mehr drin spawnen, ne? Wow. Wow. Nochmal wow. Nochmal wow. Weil jetzt vielleicht was drin ist. Kann man echt vergessen. So, wie machen wir das am besten bei? Weil das ist glaube ich eine schlechte Idee. Weil jetzt drin jetzt nicht mehr spawnen. Was? Wollen wir mal eine Fackel? Um das Ding auszuschalten. Ich stehle dann. Ich stehle dann. Natürlich. Ich stehle dann. Und jetzt kommt es mal wieder. dafür sorgen dass da was neues das war das war das war das war jetzt wollen wir weiter mit rein jumpen können ich habe es gerade so ein bisschen wieder geschlägt Definitiv und ich kriege was nicht raus. Ich muss die Mopfer ein bisschen größer bauen. Ein bisschen größer ist gut, ein bisschen viel größer. Ein bisschen 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 größer. Das hat mir nicht viel gebracht. Ein bisschen größer. Hallo. Ja, wo du bist, du bist. Kennen wir? Ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ausbau. Das ist ein Überlegen. Wir könnten zum Beispiel Spawn höher machen. Also wir sagen mal, es kommt hier. Das soll funktionieren. Das kommt hier oben. Das ist ein bisschen größer. Was soll es hier oben? Und hier unten hin? So, Bruchstein. So, ob wir noch eine Menge von haben. Jetzt schalten wir den gleich mal aus. Die Frage ist gerade, ob wir oben sterben. Knochen auf jeden Fall. So. Also, wie gesagt, wir lassen ihn hier oben zbauen. Was soll denn hier unten? Ich würde verteilen. Müsste eigentlich funktionieren. Zähne. Zähne. Okay. So wie ein Skelett oder so, aber wie sollte es funktionieren. Hätte ich Schiss alle reingehauen. So, wir können mit dem I-System ein bisschen aussortieren. Was sind denn irgendwelche Sachen drin? Tut-tot-tot-toll gegen... äh... Na gut. Und das weiß ich noch nicht. Und wir gucken mal. Nein, nächstes Versuche. Das ist auch nur... natürlich. Na, weiß ich ja doch. Immer derselbe Fehler. Mit meinem Kopf kann ich mir langsam um die Wände zerfixieren. So, wir brauchen wieder eine Spitzhacke und... Das... Ich brauche mal. Dann hat man hier irgendwo noch diesen Bilder... Das ist ein Schiss. Das ist ein Schiss. Davon haben wir auch nur einen. Was wir noch von mir hätten, könnten wir damit auch äh... Hatte ich nicht noch welche von diesem Drop of Diesel? Doch, doch. Drop of Elix. Davon reicht noch einer. Ja, die gehen ab, wie ich mit der Katze. Jetzt nehmen wir mal den raus. Ich weiß auch noch nicht, wozu wir die Essenz brauchen. Irgendwo zu brauchen. So, dann fahren wir den wieder hin. Oh, der ist falsch. So, die müssen jetzt erstmal runterkommen. So schön, dass du da bist. Weißt du, was hinten noch irgendwas einbauen wird. Dafür sorgt, dass die nach unten geschoben werden. Das ist gut, dass du dich wärst. Wenn du ein armen hast, was du bist. Sorsusik, würde ich fuhren. Sorsiik. Woh. Irgendeine Lösung finden. Wir müssen erstmal komplett voll sein. Die Frage ist, inwiefern man sich anzeigen lassen kann, wie hoch die... Das kann man sich, glaube ich... Ich muss irgendeinen Rent oder so geben... Oder wir machen... Das bringt uns nichts... Eine Gasträne und Plastik können wir... Das kann man sich, glaube ich... Das kann man sich, glaube ich... Das kann ich nicht einfach ausschalten... Na logisch... Hier... So... Das sind die Range-Anbounds... Die bringen uns aber gar nichts... Dann können wir versuchen, dass wir... Ein... 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 Und... so viel zu essen haben wir glaube ich auch nicht so viel zu sehen 3 4 3 6 5 5 6 6 7 7 6 7 Gucken wir mal, jetzt, wenn du, ansonsten her, go down, halt nicht weg. Okay. So, jetzt müssen wir. Dann nehmen wir noch Floyd und Ice. dann fehlt mir noch ein bisschen Plastik. Gut, dass wir in die Hühner Plastik scheißen. Entschuldigung, wo war Plastikkassen? Da haben wir Plastik, also wo vor dem ganzen Projekt. So, das müssen wir machen. Witz. Weitungsstück 2. Hol. Durch. 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 So kann man sich eigentlich zurecht kommen und wie sagt er mit Gastrainer? Was haben wir da noch? Wo haben wir da noch? Wo haben wir noch? Ähm Jetzt Hab'n wir gesehen sind 52 Ähm Wir brauchen ein Bier Müssen wir aber noch Fisch stehen haben Und so ne Da ist er drin So Hier Wie viel Kino da ist raus Zu wenig Da löse ich jetzt schon So Dann machen wir was der Gas drinnen Geht so nett Ich hoffe das ist das Ding So So Dann machen wir hier mal bisschen Platz wieder So 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 war mir immer im super spitze ok okay oh okay 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 So jetzt bauen wir zum Mopspawner 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 Obtektor Oh, Kurs haben wir ja Also müssen wir diesen Multiplicator nehmen Mopspawner Mopspawner So wollen wir nicht machen, was haben wir hier Haben wir auch nichts da Ähm Damit schon So jetzt haben wir Mopspawner Mopspawner Essenz und Strom So, jetzt gucken wir mal Ja, natürlich immer das Ich luchte Wow Ein Glück habe ich keine Fakeln mehr So, wenn wir mal Sprechen so Und wenn wir immer, dieser aus nuovo HICHE Nicht aber... Oder? Ich frage... Bon geht... Ja, nur die... Alles klar... Ich wollte gerade sagen, was ich dann... Ähm... Man kann das Ding auch zu weit setzen... Ähm... Äh... Äh... Schon wieder... Äh... Ich liebe es, nur zu sterben... Also, falls irgendjemand weiß, wie man da nicht stirbt... Ohne natürlich... Äh... Jetzt... Der Hörner... Das liegt da und da rein... Hhhhh... Hhhhh... Ich bin direkt weiß nicht, wo man das liegt... Aber... Ja, ich steh drauf... Mach Licht an... Ja... So... Äh... Äh... Achja... Und keine durchlaufen... Ich bin verdorben... Ich bin verdorben... Ich bin verdorben... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh ne, ich würd' uns einfach nutzen. so ähm 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 oder point ja ähm Netzwerk ähm so der spawnt aber nur genau den kriegt er fluid fluid hammer ein einziger fluid conduit nur noch zwei es muss reichen dass ihr miteinander redet ähm 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 das Problem ist nur gerade ähm ähm wie soll ich die einstellen? ähm 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 exportieren ähm und du sagst importieren Und das sollte das funktionieren. So, ich muss das funktionieren. So, ich muss das funktionieren. So, ich muss das funktionieren. Oh, da haben wir Kopf. Komm schon. Da wäre doch die Frage, ob wir es nicht schaffen würden, wo hinten wird das Geld so gespawnen. Aber wenn wir die natürlich... Den nochmal ausschalten. Ich nehme den raus. Ich hoffe, das Ding ist nicht am Arsch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Oh, okay. Okay, hier, das... Heute ist mein Lieblingshobby sterben, aber ich glaub wir werden's gebacken mit dem Wilderskeletten. Nur noch die Frage wann. Jetzt haben wir. Und mit dem Wilderskeletten. Mobwitsch. Auch mit wollen wir nicht. Vielleicht nur einen Wilderskeletten. Und mit dem Wilderskeletten. Und mit dem Wilderskeletten. Das ist ein Spidey. Und wie haben wir jetzt? Ein Zombie. Aber was ist mit dem Wilderskeletten? Ja, wieder gestorben. Machen wir mal anders. Gehen wir hin. Holen und Wasser raus. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Wollen wir mal drauf stellen. Zeig mir nicht, ist alles weg. So. Machen wir mal anders. Ähm. Wasser. Ja. Eimer. So. Anfänger. So. Wollen wir einen aber egal. Wollen wir einen aber egal. richtig ist es mir gleich schnell hin mit dem ding Bist du unten jetzt warm oder heißt du jetzt da ist gar kein Grabstein? Gut, das heißt für mich, ein Grabstein wird mit all meinen Sachen. Das ist ja schade, ich finde, weil wir müssen jetzt schon wieder sieben. In dem Fall. Okay. 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 Jetzt machen wir was anderes. Okay. 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 Ich bin gleich wieder zurück. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss mal eine Geschichte von Adolf für meinen Sohn kopieren. Von wikipedia, der hat mich kein Mitter denn mehr. Wie braucht ihr das gerade für die Schule? Na ja. So, jetzt sollte. Eine Dividenden kopieren wir. Führen wir in den Vorort ein. Jetzt in den Kopfteilen. Hier wird keiner öffnen. So, ein bisschen sprechen. Auf dem Discord. Komm her. Adolf. Schließen. Für WhatsApp. Musik mal jetzt kleiner machen. Musik all kleiner machen. Bluh. Warum ist jetzt die Geschichte? Hier. Und die schicken wir jetzt für WhatsApp. So, ich wünsche dir damit viel Spaß. Lest dir alles durch. Schreib ab. Oder kopieren, was du brauchst. So, ich wünsche dir weiter. Jetzt sind wir tief rüber gegangen. Damit können wir jetzt weiter streamen. Dann muss ich mir alles groß machen. Okay, auf Discord will keiner mit mir reden. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf Discord kommen. Link ist unten in der Beschreibung. So. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass wir uns ein neues Netz machen müssen. Das heißt, wir brauchen einen Zooten zum Sieben, nachdem mein Grab nicht mehr da ist. Jetzt bekommen wir uns noch an. Wenn ihr euch grey doch ham mö- ein Min later. Gut. 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 Gut, glaube ich. Dann müssen wir das mit einem normalen Sieg probieren. Und hoffen, dass wir da mindestens ein Ding jetzt rauskriegen. Komm schon. Ein. Bitte ein. Bitte ein. Bitte ein. Was ist das? Was ist das? Da, kann ich es. Fünf haben wir noch. Bei meinen wird kriegen wir da keine raus. Nein. Warum guck ich da nicht vorher nach? Ja, beziehungsweise müsste ich doch auch seelensäulchen haben, oder? Ja. 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 Das war so. müssen wir definitiv nochmal nach oben und dann nur jetzt machen was sind die raten warum sie nicht funktioniert ich hätte so wenig strom und das back wiederum ich kann mich wieder her und ständig dort nicht mehr begrüßen du auch abgast ungesund für dich hier können wir ein bisschen wasser reinmachen warum unsere ruhe ich hätte gerne die andere ruhe gerne und das system gibt einen russ darauf wie jetzt looten ausrufen zu echten loot in den chat Ich habe echt Angst, dass wenn ich sage, es soll sich vermehren, mit Gras, dass dann wieder alles grün ist. Ich habe auch Angst, dass ich mich nicht mehr so gut verletzen kann. Filzpflanzen aber, das kann glaube ich nicht helfen, oder? Oh, liegt da ruhig? So, wir holen den ganzen Arm für ein schönes Winterblatt. Oder wie? Ich liebe es. Ansonsten schreib mir ruhig mal rein. Wie ich das schneller hinkriege. Ich weiß, ob einer hat eine Postle, aber das breitet sich irgendwie auch nicht aus. Ich glaube, die Zähnen sind mehr hier. Da gibt es eigentlich irgendwelche Sporen, aber... Die haben wir auch nicht. Das ist so gut. Die sind so gut. Das ist so gut. Die sind so gut. Das ist so gut. Das war's. Ein bisschen Handruppen. Mhm. Füm noch einmal bis jetzt. Au rei. Ich glaube, die bringen wir nicht mit. Ich glaube, die bringen wir nicht mit. Gut. Das würde ich glaube ich nicht wissen. Das ist nicht viel. Es gibt eigentlich Spawn davon, aber... Wie müsste man denn auch haben? Guck mal hier. Die Nummer 1. Guck mal. Oh. Das war ein bisschen... viel. Würden Sie da bitte wegkommen? Hallo? Sie stehen mir da im Weg rum. Nochmal. Sie stehen mir im Weg rum. Dankeschön. Dankeschön. Gut, warum das jetzt auch immer grün wird. Wissen Sie da nochmal wegkommen. Dankeschön. Vielen Dank. und da war es momentan so viel wie möglich mit ziel das muss da wieder ein Pilz umbauen 7 0 8 0 Das war's für heute. Und dann machen wir uns hier noch ein paar Rudenbells. Das war's für heute. Das war's für heute. 13 haben wir jetzt... 10. Ich frage, was kriegen wir jetzt da unbedingt noch alles raus, ne? 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Ich brauche noch nicht da hinten, dürfte fertig sein. Noch nicht ganz. Da haben wir jetzt 6er. Was haben wir denn schöne Toppen drin? Noch 9er. 10er. So können wir noch 10er. So können wir noch 10er. So können wir noch 10er. Tschüss gemacht. Gut sie bringt sich vor. wir haben hier noch sechs stück noch drin weil die brauchen wir glaube ich gar nicht mehr entschuldigt ja jetzt ist es unten angestellt, soll sie mich veräffeln oder was sonst warte ich darauf dass es nicht angestellt Manu und die sind jetzt alle fertig da sieht man mal was das bringt, wenn man mehrere davon hat gleich mal hier auch noch welche hinstellen würdest du bitte gehen? Dankeschön 12 haben wir jetzt das geht ja wieder schneller ja 16 oder 18 noch mal gesessen 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 So jetzt machen wir unsere Seelensand Hühner, dann haben wir das Problem Seelensand auch Wir haben keine Uhr mehr Puh, wir können es nicht beschleunigen Ist das jetzt nicht unterwand? Ähm, soll ich dazu jetzt irgendwas sagen? Ich mach mir Hühner Eine kleine Grillpause Ich hab schon alles gehört Oh Gott Der liegt ja doch unten drin Aber warum wird denn... Oh, ich schaue es an Ähm, warum wird das nichts? Ähm, ich schaue es Oh, ich schaue es Ich schaue es Ich bin ein bisschen Wo sind unsere Hühner, würde ich nicht beim Osten liegen, damit wir die Eilen fangen können. Mit den alten Sack? Das war die Geschickens. noch mit zwei Sticks und aber ich müsste mal wieder im Bett wissen der jetzt war auch Schickens auch Schickens Schickens, schickens. Undere Mist. Wirds drin? Ich hab den Schickens, aber nicht. Warte. 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 Das ist echt schwer. Stick. Warte. Ich hab hier auch keine Kiste mehr. Wollte sagen könnte. Da hab ich den drin. Oder? Ne. Das hab ich alles leer gemacht. Was ich nicht brauchte, hab ich vernichtet. Schön dumm. Warte. 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 Da ist er. Was haben wir denn, brauchen wir noch? Ja, hab noch vorher gewusst. Dann, gut. Nichts sagen. Ähm, weißen. Wo sind die jetzt hin? Da ist nochmal eins. Wo ist nochmal zwei? Da ist nochmal ein bisschen Futter. Und ihr Verständnis hier rein. Und dann nehmen wir den Bond. Und quillen die Hühnchen ein bisschen. Und ich habe überlegt alles, was man mit Hühnchen machen kann, das werden wir auch mit Hühnchen machen. Ich weiß nicht, wie ich den Stick die ganze Zeit nicht benutzt habe. So, den Reise-Stick hier. Kann man so viel erledigen, ganz schnell. Zwei, drei. Sack. Und ich schwöre ich nachher, finde ich, irgendwo wieder in den Sandsticken rumliegen. Und ich schwöre ich mich an... Ja, weil ich mich an ein bisschen. Und ich schwöre ich nachher. Und ich schwöre, die Hühne habe ich nicht. Bis dann. Wie lange wir brauchen? Eigentlich wollte ich wieder nur bis 12 streamen. Ich schaff das nie, nur bis zu der OZ zu streamen wie ich will. Gut, ich könnte auch anders schicken machen, aber, beziehungsweise, lieber warten. Gut, da sind wir schon ein bisschen bei Schnelligkeit angelangt. Hier, hier, du gehst so gut, du gehst rein und weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. und wohnen das alle 46 hier ja ist klar das geht jetzt bei raus So, jetzt können wir mal kurz alles wegpacken, was wir haben. Wir können noch wegpacken können, heißt das. Du gehst weg. Ach ja, gut. Den behalten wir, die brauchen wir noch nicht. Jetzt nehmen wir noch mal Seelen-Sand, weil ihr kommt definitiv hier raus. So, ihr macht Essen. So. So, jetzt wahrscheinlich Klicks 8-4. Na, aber jetzt rennen die richtig. So, habe ich mir das vorgestellt. Und ihr? Einmal mit Schöpf-Reim. Oh, vorhin die Falschen. Ähm, jo. Jo, Heinke, sag ich das mal. Äh, 7-10. Ist ja immer noch besser, ne? Wie scheiß man das ganze Ding zu? Mit Seelen-Sand. 8x6. Hm. Dann musst du leider jetzt raus. Schön, dass du da warst. Aber du musst gehen. Oh, jo. 18x8. Hm. Dann, 10x10. Komm schon, mach uns den 10 Hüllchen. Mach uns glücklich. 9. Da ist der 7 hier draus. Komm, mach mich glücklich. hinter verschlossene Türen. Und wir haben. 10. Also fliegst du raus. Der Rest kann jetzt nur noch 10, 10, 10 sein. Ja. Ja. Du fliegst jetzt auch raus. Jetzt mal schnell zurück. Mal essen machen. Und jetzt. Hier ist es fast instant. Und alle neuen User im Stream begrüße ich nochmal. Hallihallo. Wir streamen jetzt maximal noch eine Stunde. Hühne. Um ein bisschen zu erhöhen. Von dem, was wir eigentlich wirklich wollten. Machen wir uns ein paar Seelensand Hühner. Ein bisschen Seelensand scheißen. Äh. Ja. Wo wollten wir sonst hin? Jetzt sind wir bei 10. 12. 12. 16 auch, man. 12. 12. Mach komm. 15. Machen wir mal 17 draus. Jo. Jetzt haben wir die 16. Und die. Wenn uns jetzt hier richtig. Ich schwöre euch. Ich habe. Näht der Huhn und Seelensand. Und das ist aber gemein. Die scheißen uns das alle zu. Nie wieder sehen sind Probleme. Kann man auch mal ein bisschen beschleunigen. Und jetzt können wir uns auch. vernünftig verziehen. So. Raus damit. Kompost. Und. so haben wir zu auf sie. Jetzt machen wir wieder hier in den Kompost rein. Und das geht. Los. Jetzt. Nicht vernünftig bei draußen, wie denn Essigold wirklich im Besen. Aus Holz, Salz und Pfeffer. Auch da muss er denn. Das ist wohl ein bisschen zu tief. Wir wollen dich haben. So. 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 Wir machen schon. wenn jetzt wieder alle weg ist hallo wie werde ich los gar nicht kommst du her so wir haben jetzt gelebt ich muss mal gucken ob es funktioniert was ich mir vorstelle ich brauche jetzt einen Eimer mit überlisten wir nämlich das System mal ein bisschen beim reisen gestorben wundervoll jetzt sage ich mir nicht dass mein skeletting weg ist ey das jetzt doch nicht was ist denn das für eine kacke ne da ist es jetzt wenigstens es ist doch wenn man hunger hat besser hier runter zu gehen jetzt machen wir hier jetzt zu und switch worte dann machen wir uns mit schwarzen so wenn man eine kleine pause ich bin gleich wieder zurück okay so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und weiter geht's hier ins Dream. Ich hab mal die Pause rausnehmen sollen. Aber wir können es ja beschleunigen. So, jetzt hoffen wir mal nicht, dass wir sterben werden. Aber wir werden jetzt hier unten das Wasser reinmachen. Müssen wir schnell sein. Und jetzt wollen wir rausnehmen. Der Vorteil ist jetzt dafür. Hoffentlich wird es geliebt. Ja, haben wir. Endlich haben wir es geschafft und haben massenhaft besser. Jetzt müssen wir nur ein Glas hier abbauen. Ihr werdet alles sterben. So. So. Das Ding werden wir jetzt hier play machen. Dass alles stirbt. Und. So. 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 Ich hoffe das funktioniert wenn ich das will. Mal zeigen wir mal hier. Guck mal was hier rauskommt. Wow. Oh, los. Das ist gut. Die können wir hier brauchen. Das kann jetzt funktionieren werden. Hier sehen wir mal wieder. Wie viel Liebe. So, jetzt kann alles weg. Überhalten wir noch. Na ja. Damit brauche ich jetzt nicht mehr drin gewesen. Eine Pizza ist gut. Eine Pizza erhält das Leben. So. Mal gucken, haben wir schon Köpfe. Zumachen. Zunein. Zugee. 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 Was war ich lassen? und ja 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 Guck mal, ob die das besser ist. Und vorhin geht es raus. Oh, das sind 3er. Der nimmt auf jeden Fall alle durch. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, genau. So, ich werde mich jetzt in den Gamer bewegen. Weil jetzt bleiben die Todesuppe nicht ab. Das bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Kack jetzt im Game Mode wieder auszubügeln. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ja. Ach du Gacken. Das reicht. Hallo. Doch. So, reicht's. Reicht vollkommen. Oh, was hab ich gemacht, ey. Mal probieren. Mal probieren. Mal probieren. Was soll ich jetzt mal sagen. Hier nur... Neut. Oh, genau. Ich bin hier nicht. Komm, hierher. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Ja, ich sollte es nicht mehr sehen. Hallo. 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 Okay, cool, cool. Hallo Hier bin ich So und nochmal Hallo Ja Das mit der Orange sollten wir nochmal Ändern Glaube ich Wenn das nicht Ok Milch Änderns eigentlich auch alles Milch Ne können wir nochmal So Sollten wir nochmal gucken Sollten wir nochmal gucken Inwiefern Ich weiß nicht wo die Orange da ist Ich freue mich warum die da raus kommen Ich weiß nicht Das ist die Ochs von Tier 3 Das heißt wir müssen den Rückenkarten bauen Das ist ja nun extrem Beziehungsweise Beziehungsweise Schau mal hier Orange Orange Team 0 Nehmen wir mal den Narbe Sollte da was Facken Haben wir das noch nicht ausrichten können Dann können wir nochmal genau nachgucken inwiefern Das würde heißen Wir müssen die Nach innen stellen Jetzt müssen wir auch ein Filter reinhängen. damit wir sitzen beziehungsweise sagen können hey, Müll weg und was wir brauchen können bei uns zu saßen. So, was haben wir hier schon schön drin? Hotel, nicht die Welt. Warum habe ich eigentlich Spinnweben in der Hand? Habe ich gesehen, ich will Spinnweben haben? Nein, habe ich nicht. So, wir nehmen die Range raus und packen die Range rein und dann sind wir immer noch... Ja, das wird gesagt, dass wir jetzt tiefer rein müssen. Mit dem Spawner. So, ich will zacken. Das Problem ist, dass der auch nach unten geht. Das heißt, wir müssen mit dem Ding an die Decke. Dann wird mit dem Ding an eingeladen. So, ich werde mit dem Ding an. Ich bin bei dem Ding an. Aber das Problem ist, dass es nicht hinten oben ist. Das heißt, wir müssen jetzt oben lang ein bisschen fluid machen. Gut, können wir in dem Fall noch. Wir machen den Staub hier oben rein. Dann können wir nämlich hier oben die fluid Leitung rangehen. Dann können wir hier oben raus gehen. So, jetzt können wir hier wieder Clash verließen. Jetzt machen wir das von der Hand. Und jetzt machen wir hier oben raus. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Und jetzt machen wir das. Und jetzt machen wir das. So. Der ist drin. Der ist da auch drin. Der ist 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 drin. Das ist schon ein bisschen leer. Und das klingt echt wenig... ...kuck für euch. Und schon ist er leer. Wir haben kein Problem zu bekämpfen. Woa Wo bleiben die Köpfe? So Hier ist noch nichts drin gewesen Ah das Das ist schon mal gebrauchen So jetzt haben wir 3, 4 Köpfe Wir brauchen aber 8 Köpfe Inzwischen So Jetzt haben wir die Köpfe noch Ok jetzt haben wir die Köpfe noch Na den brauchen wir nicht wirklich Ender auf Das ist jetzt auch gut Kohle können wir auch alle Male gebrauchen So 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 Wie gesagt wir können uns jetzt Spaß auch schon versparen Wir brauchen jetzt nur den So Wie viel Mob Shanks Aber dann können uns noch genau 2 Köpfe So 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 Das ist nur was machen. Ich bin wirklich da eine schöne Kacke drin. Und die haben wir auch gemacht jetzt. Wieder. Noch knapp, 5 knapp. Oder wie jetzt? Ich sag mir nicht, ich hab die ganze Zeit auch noch nie gearbeitet und es funktioniert so nicht. Man hat es uns doch nicht so gut. Da ist es nicht so gut. Ich habe eine Art, die ich vom Ende gewelt. Das ist eine Art, die ich den Starrung habe. Ich denke, das ist gut. Schönen Tag Hahahaha Das ist auch So schön, dann hätten wir ihn auch schon mal. Na, wo ist denn das? Hier. Wir brauchen jetzt... So, wir haben jetzt hier eins. Wir haben hier zwei. Hier. Das räuchte man nicht mehr? Das wird wir auch nicht. Okay. Zwei, drei. Ähm. Warum geht das nicht? Ich sollte eigentlich genug haben. Viel zu viel, eigentlich. Ähm. Was ist das? 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 gehen wir mal raus, den hier hin, und den darin dann haben wir 4, die werden haben wir auch, jetzt können wir noch mal gucken wo es uns fehlt, alle male hin, indem wir sagen, sich auflösen, und hier reinpacken, und dann können wir das alles zusammenpacken, den nehmen wir mal raus, den nehmen wir mal raus, und den packen wir dafür rein, und mit starken strom ein, ich frage jetzt, wie lange dauert soweit, dass da die ersten rauskommen, beziehungsweise können wir das ein bisschen beschleunigen, also mit dem Glauben wir die Gäste rauskommen, die Gäste rauskennen, die Gäste rauskennen, Die Partner kann man da drüben, ja? So, dann noch mal. Kann man das noch machen? Nö, warum nicht? Weil wir keine Knochen haben oder was? Die waren noch ein bisschen speedy draußen, oder? Weil was wir gerund brauchen? Wohl eigentlich? Können wir doch im Wilder genauso einfangen? Und losbauen? Ich müsste eigentlich genauso hier. Ein paar Köpfe brauchen wir jetzt schon. Wir haben sechs in die Pflanze die stecken, wir müssen sechs ein bisschen rauskriegen, dann sind sie gerade. So, da hat man dann schon mal den ersten fertig. So, jetzt holen wir mal den Sand. Mal siebenmal da. Ab in die bestimmte Kamera damit. crew morning, nachsitut! Dab. Dab. Dab.. Dab. 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 S Mini. Dab. 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 Ja, ich sollte richtig anmaunen. Ja, schon besser. Also dass der oben nicht mehr funktioniert, schicken wir alles zurück in die Maschine. Ne, das finden wir nicht allerdings in der... eigentlich nicht drum oder so ähnlich. Genau, hier. Ja, ich glaube, da geht auch mal nachessen. Dauert mir gerade etwas zu langsam, bis der stirbt. So, wir können hier mal das Ding hinfahren, dass das Winkel ist. So, ich würde sagen, hier ist doch wieder Echse. So, jetzt ist es nämlich... dass wir hier reinlaufen. Ja, das ist der Echse, bitte. Ja, hier, komm. Weil ich nicht so wichtig für eine andere andere andere, die ich jetzt nehme. Ja, da müssen wir hier zur Entebbe. Hallo, hier ist die Headache. Die Das kann jetzt nicht mehr rauskommen. Aber dann ist das jetzt ähnelt. So, jetzt ist der Ruin das Schicht, das ist ja so wichtig. So, jetzt ruhig, so ist das, ich einfach genug. So, jetzt, ich auch nicht mehr so wichtig. Wenn ich jetzt so richtig, weil ich jetzt ein Geräte kommen, dass ich jetzt eben auch nicht mehr so viel zu machen. Oh komm, ich kippe ihn jetzt schon wieder. Feierabend. Und wenn es da gar nichts rein geht? Pfeffer. So, alles weg damit. Und wenn wir so nett sind, können wir gleich nochmal inspaunen. Ähm, hätten wir genug Sehensinn jetzt. Was wir natürlich besitzen. Nein. Nein. Du. Können wir machen, ob wir das spawnen jetzt. Alles liegt nicht in dem kleinen Ding. Ähm. Bevor wir wieder sterben, Essen holen. Aber der Vorteil ist, wir kommen so dann auch zur Draconic Rüstung. Und dann in derirdische Rüstung. Soll das dritte. Draconic Rüstung. hat er sich nach Kroge zu haben. Wir zeigen uns nicht nur ein Schauspieler, wir konnten nicht nur gerne ziehen. Und dann bin ich das in der Rückmacht lassen. Und dann bin ich schwer. Ich mache meine Schauspieler. Boer. Aber er ist nicht genug. Ähm. Und wann die Schauspieler. Dann geht's die Schauspieler. Ich habe keine Geschichte. So, gut, sind wir uns schon gewöhnt, aber schon lange her, dass wir gestorben sind. Okay. 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 Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, was ich ja gesagt, davon brauchen wir 4. Dann brauchen wir davon 4 8 4, 8, 16 117 reicht So 3 Wir müssen mindestens einen wieder schlucken lassen. Das ist schon mal klar. Wir brauchen eine Mütze und dann können wir uns die nehmen. Das heißt, wir können die schon mal entsorgen. Wir brauchen eine Diashasplay. Und dann das Ding können wir auch entsorgen. Wir brauchen eine Diahose. Und können wir auch nehmen. Wir brauchen Schuhe. Schuhe. Und jetzt hätten wir alle, ne? Ja. Und zwar ein Nether Star. Nein, einfach nicht. Gar nicht, das ist mega laut. Pfeiler und Bogen eventuell. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du da bist. Wie geht es dir, Leute? Oh, mir geht es ganz gut. Und selbst? Ja, lies den Chat nicht. Ich bin ganz gemütlich hier auf meinem Stuhl. Und habe nur auf den einen Monitor geguckt. Anstatt auf den anderen. Aber du kommst immer so spät. Wie geht es? Weil ich wollte jetzt noch die Rüstung fertig machen und wenn ich die Rüstung fertig habe, gehe ich schlafen. ähm und morgen kill ich den das Ende hund. Ja, so, das habe ich dann so mal vor. Und ja, laut ist klar. Muss laut sein. Nein. Weil wieder ist ja nicht das liebste Tier, ne? Natürlich wenn ich das drin habe und die Ende machen, gucke ich weiter. und dann bist du immer meine erste Wahl. Auch wenn ich fünf Minuten alle klar. Wir müssen, wie gesagt, wir machen jetzt noch die Rüstung fertig und dann ist leider auch schon bei mir vorbei. fünf Minuten. Ja, so. Tatsächlich fünf Minuten, ja. Aber wir müssen erstmal noch einen Wetterköpfe machen. hier haben wir eh. Hier haben wir eh. so. Jetzt schieben wir in den Ofen. So. Jetzt schieben wir in den Ofen. Jetzt schieben wir nochmal rein, ne? Ne. Jetzt können wir so verarbeiten. so. Ja. So schnell kann das gehen, ne? So schnell kann das gehen, ne? so. Wie gesagt. 8 könnten wir uns machen. Wir machen es nur 4. hier. So. Ähm. Haben wir noch Seelenwind? Und dann machen wir mal extra jetzt leiser. Oder. Machen wir aus. Dann brüllt sich das jetzt nicht so an. Schnellbeck. So. Sag mal. Das hat sieben. Das hat sechs. Das hat neun. Das hat sechs die Maschine. So. Das beste, was ich habe, ist das mit neun. Das ist Eisenmüll. Ah. Wir müssen das einmal holen. So. Meine neuen Rüstfunks sollte mir das ja eigentlich real sein, ja? So. Ich wollte schon sagen. Gut. Guck. Guck. mich ruhig an. Auf Wiedersehen. Äh. Das heißt, wir machen auch noch ein paar Schwerter. Guck. Fürs Enderhuhn. Ähm. Das brauchen wir definitiv noch. Richtig. So. Den hätten wir jetzt auch. Und. Fertig sind meine Schuhchen. Und natürlich sind sie auch schon aufgeladen. So. So. Drakonik, ne? Dann. Machen wir für den. Einen Bogen. Oder ein Schwert. Schuh. Schuh. Oder. So. Oh. Das ist ja schon wieder eins. Ich überlege gerade noch, ob ich ein Schwert mache. Beziehungsweise ein Bogen. Schuhchen. Da würde heiß mit gebrochen. ich merke mir das mal vor und das flashe ich mal raus letzte wochen noch mal ja gut sollten wir noch hinkriegen nicht mehr hin so wie es aussieht und zählen gold und das krieg ich jetzt nicht mehr zusammen leider über die ist die gut ja ich weiß das problem ist nur dass wir was kein strom haben ja gut das wird dauern ich weiß noch nicht wir machen auf jeden fall das schwert morgen fertig wenn auch den bogen wahrscheinlich morgen fertig machen und dementsprechend wird morgen wahrscheinlich das anders ich will ich nicht quenken mit der frage hast du eine gleiche lese sprechen aber trotzdem kommen wir nicht drum herum wir haben morgen machen müssen aber ich denke mir schon dass wir morgens bauen werden und hoffen werden dass wir das überleben das mal ist hier im jahr drin ok wie mir ist die nicht so ausgeprägt nur bei einzelnen wörtern aber schreibung bist du ja ähm sagen wir so und vor vielen jahren wurde bei mir also als nur zu studieren bin die ist nie festgestellt aber man kann damit leben sagen wir mal so rum und für thema rechtschreibung gibt es rechtschreibprogramme und google weiß immer alles also halb so schlimm hat trotzdem gerecht damit ich selbstständig werde naja gibt es schlimmere im leben sage ich immer man muss sich nur zu helfen wissen die kühle müsste ich auch endlich mal fertig machen damit ich an die infinity kugel komme naja gut lange rede kurze sind es schaffe ich heute nicht mehr mein kind muss ich um in fünf stunden rausschmeißen auch selbstständig läuft bei dir ich freue mich für dich ja man muss einiges aus seinem leben machen und sein leben selbst ändern und wie gesagt man muss sich nur selbst zu helfen wissen und dann geht das alt schon ne bis morgen wenn ich aufwarte am 5.2 herzlichen glückwunsch ich habe drei kinder wird sich viel spaß damit so lange wie sie klein sind hat es nur sehr viel spaß die erziehung fängt erst an wenn sie größer werden ich habe drei stück ich bin nur noch ein bisschen überfordert damit ja normal wenn es das erste ist dann ist es normal beim dritten eigentlich schon egal dann machst du das alles aus routine beziehungsweise machst du das alles im jahr spätest alles aus routine aber soll schon schief geht genau so sieht es aus zum thema schief gehen ich gehe jetzt in schieflage nehme ich ins bett ich werde es auf jeden fall besser machen als mein vater ja das sagen ganz viele man muss sich selbst überprüfen wenn wir wenigstens für ja 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 genau also haust du rein und der Rest auch ne bye bye tschau tschau ich bin mal raus und wer den Stream nicht ganz geguckt hat und denkt er hätte was verpasst ne ihr habt die Möglichkeit dann bei YouTube nochmal alles nachzuschauen allerdings nicht mehr heute sondern erst morgen weil also was heißt morgen ähm so gegen 14 Uhr denke ich mal wird der Stream da online gehen so Leute endgültig bye bye tschau tschau ich bin Röhrhaus warte auf auf Untertitelung des ZDF, 2020